Haben wir schon gespeichert? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir was empfohlen. Ne, gucken! Absteigen! Drum gibt's auch was im Kaffer. Was ist denn das? Ein Hotel! Hallo! So, da haben wir unser Ding da. Unser normaler Hotelzimmer gemietet. Oder Kaffee, wie auch immer. Kurz damit zwischenspeichern. Da drin. Ja, somit ist er wieder Tag. Und wir sehen etwas mehr. Achso, darum sind schon die anderen. Das ist praktisch. Und dann wollen wir mal schauen, was die wieder so zum machen haben. Ja, ich bin zurück. 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 Ja, Moment mal. Erst einmal die Markierung heraus. Die irritiert mich. Ist es jetzt draußen? Jetzt ist es weg. Ja, wir fahren zu dem Schlachthof und schauen wir mal, wo es da abgeht. Ich kitzle da ein bisschen ab. Ich hoffe, dass uns keiner zusammenfährt. Achso, da waren wir eh schon. Oh, da haben wir doch den anderen hinfahren mit dem Krankenwagen. Wahrscheinlich wird unsere Schießerei erwartet. Wollen wir da rein? Okay. 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 Shit, das kann nicht gut sein. Hör, alles wird okay sein. Just remember, du bist der Boss. Ich bin der Boss? Ich bin der Boss. Ich bin der Boss! Ich bin der Boss! Ich bin der Boss! Hey, Leute. Habt ihr Boss, dass Ken Rosenberg hier zu sehen ist? Ken, wer? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg! Der Mann, der die Stadt läuft! Also, wie ist Johnny? Er macht viel besser. Er hat etwas heute Morgen. Oh! Hey, Ken! Oh, mein Gott! Ken, wie ist das? Wie geht's? Pretty gut. Und du? Ja, ich habe noch ein bisschen die Nacht Terror, ein bisschen Diarrhe, aber ich werde es durch. Huh, Diarrhe. Cool. Und, wer ist das? Wie geht's, Johnny? Das ist er. Das ist er! Oh, mein Gott! Oh Gott! Das ist er! Oh, mein Mann! Oh. Oh, damn! Derucks da war gemacht! ... ... ... Wir müssen uns zurück, es muss ein Extinguisher hier irgendwo sein! Okay! Harald, keine Ahnung, oder wir sind mit dem Fleisch. Du willst ein Stück von mir? Ich habe den Extinguisher, ich habe den Extinguisher! Ich bin nicht raus, bis es sicher ist. Geh die Leute raus und raus, und raus. Das ist sehr nett von dir. Ich starte auf die Fleischstraße. Du rennst ja auch nicht voran. Was noch? Das hat noch nicht alles getan, oder? Ja, ist er gut. Jetzt. Schraube das! Ich werde in der Friezer schlafen. Willkommen in Amerika! Danke! Rennen wir denn hin? Ach, da gibt es ja Westen. Das ist gut. Brauchen wir aber einen Moment noch nicht. Ach, der Wort da hinten? Hatten wir fast lieber, gell? Dann kann ich ihn nämlich da rum auch frammen. Ja. Oh, sieht das? Das ist so spannend, Tommy. Es ist wie altes Zeiten. Wer der F*** ist Tommy? Der F*** ist Tommy? Holy F***! Was ist das mit meinem Glück? Eben so? Wo ist der? Bleib hier doch! Schnell ein bisschen Kohle ersammeln. Wo ist er denn? Wo ist er? Du bleibst da? Ich schaue mich nach. Und zwar aus dem Grund. Noch mehr, oder? Selbstverständlich. Wo ist er? Alle Zeugen sind tot. Geh jetzt im Ausgang. Kommt da runter. Schon, oder? Ja, kommt schon. Aber vielleicht ein bisschen schneller. Jetzt halt. So, fahre in Rosenberg zurück zum Casino. Die Hof ohne Begleitung. 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 Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Die Hof ohne Begleitung. Die Hof ohne Begleitung. Die Hof ohne Begleitung. Die Hof ohne Begleitung. Das ist ja nicht so. Die Hof ohne Begleitung. Das ist ja nicht so. Die Hof ohne Begleitung. Die Hof ohne Begleitung. Die Hof ohne Begleitung. Abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe nichts da. Aber ich habe einen Fahr- ein V-Bahn-Untersort-Braucher. So, pass auf. Jetzt kann man mal wieder speichern. Davon gibt's ein Wuss. So, gehen wir gleich hin. Jetzt muss ich erst mal speichern. Bis du aber weiter vorne. Und zwar drauf. Oh, das Telefon. Ja, das war mal wieder. Wie haben die heißen? Catalina oder so, oder? Oder Katharina, was weiß ich nicht.